Musik Musik Wir sind auf dem Parkplatz vom Schloss Lüttesburg und werden jetzt auch mal die herrliche Parkanlage besichtigen. Musik Das Schloss bekommt ein neues Dach. Musik Das ist das Schloss Bay Café. Musik Hier sind sämtliche Apfelarten vertreten. Ganz alte Sorten. Musik Hier ist ein großer Golfplatz. Musik Nochmal ein Blick auf den Golfplatz. Musik Das Hinweisschild für den Begräbniswald Waldfrieden, Schloss Lüttesburg. Musik Hier beginnt der Begräbniswald. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das ist die Schlosskapelle. Wir haben hier eine Höhe von 11 Meter über dem Meeresspiegel. Untertitelung. BR 2018 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 Eine kleine Pause. Geh mal mit. Ja, ich geh mit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier ist die Grabstätte der Burgherren. Hier ist die Grabstätte der Burgherren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So langsam ist unser Rundgang durch den Schlossbike zu Ende. Untertitelung. BR 2018 Es sind auch wieder alles alte Apfelsorten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Unsere Pause im Schlossbike Café. Untertitelung. BR 2018 Ein Ostfriesentisch. Mal gucken, welches Bild heute erscheint. Ich glaube nur Wolken. Aber doch könnte ein kleiner Hund sein. Ein Schnauzer. Oder eine Comicfigur. Unsere Pause. Im Schlosscafé. Koschefee Eingang vom Schloss Lüttersburg. Untertitelung des ZDF, 2020